Hallo, hier ist Naruto1986. Herzlich Willkommen zu Megaman X Part 4. Jetzt geht's weiter. Ich kann euch aber eins sagen, es kann sein, dass ich mir den X-Booster... ...wenn was ist, den nicht kriege, dann werde ich den halt offscreen holen, wenn es nicht springt. Deswegen... So, jetzt haben wir den, den... Ich kann gerne nochmal auf den hier gehen und gucken, ob ich es hinkriege. Wenn ich es nicht hinkriege, dann lassen wir es. Und dann... Ich guck mal, ob die nochmalen habe ich. Ich habe ja schon gesagt, wenn ich es mit dem X-Booster nicht schaffe, dann... ...lassen wir es. Wenn ich da nicht hochkomme, es sollte mit dem X-Booster... Ach, komm. Ich würde es gerne zeigen, klar, aber... ...wenn ich es nicht schaffen sollte... Oh, Mann. Dann... ...mach ich es nämlich offscreen. Weil wenn ich das nicht schaffen sollte, dann mache ich es nämlich off... ...da mache ich es nämlich offscreen. Ne, ich sage es nur, wenn ich es nicht schaffen sollte, dann lasse ich es. Dann mache ich es nämlich offscreen. Ich würde es gerne... Ich würde es gerne zeigen, aber wenn ich es nicht schaffe, dann mache ich es offscreen mit dem X-Booster, weil dann bringt es nämlich nichts. Weil ich probiere hier nämlich nicht... Ich probiere hier nämlich nicht die ganz... Weil ich will... Ich probiere hier nämlich schließlich nicht die ganze Ewigkeit hier rum und kommt, wenn ich es dann nicht schaffe... Weil ich probiere hier bestimmt nicht Ewigkeit, wenn ich es nicht hinkriege... Wenn ich es schaffen sollte in dieser Zeit... Okay, aber wenn ich es nicht schaffen sollte, dann offscreen. Tut mir leid dann auch. Das andere zeige ich euch alles, aber... Weil ich will hier schließlich auch irgendwie was zeigen und nicht Ewigkeit hier rummachen, bis ich es nicht kriege. Also gehen wir zum nächsten Mal. So gehen wir mal. Also gehen wir mal. Und dann gehen wir mal. So machen wir mal. Ich verstehe. weil das bringt euch nichts wenn ihr das ganze angucken müsste ich komme dran und dann schaffe ich es nicht und dann weil es bringt euch nichts wenn ich nicht dran komme und es bringt euch nicht wieder und zuguckt wenn ich nicht hochkomme und hatte wo wir es jetzt noch drei noch viermalen an wenn ich es dann nicht schafft dann lasse ich es 1 2 3 4 Pfff So Geh mal nochmal mal hin Swap-Mondrill Weil dann werde ich euch das Offscreen zeigen Oh, shit Oh, okay Oh, okay Ah, hier, das ist nix, okay Shit Ja So, jetzt Sorry, aber Shit Sorry Freunde der Nacht, aber egal Nervt doch mich jetzt, Alter Okay Okay Ja Boah, da bin ich zu weit gesprungen Zu hoch meine ich, die ist zu weit, aber zu hoch Ich habe mich nicht an die Steuerung gewöhnt, ich gehe an die, ich habe die, ich kenne die Steuerung als normal Oh, ist das Ahem Oh 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 So, das war's. Sorry, dass ich grad nicht kommentiert habe, aber wir haben's geschafft, seht ihr? Aber wir kriegen's auch trotzdem so hin. Ne, weil, hier ist das, da ist das, hm, hm, das ist nix, okay. Ist das nämlich, hier ist so, zack, okay. Wir werden in die Distanz schon reinkommen, keine Angst, Freunde, in der Nacht. Oh, man. Okay. Okay. Na, warte. Okay. Oh, ich bin fast so wunderbar. Äh. So cool runter, mach ich. Okay. Warte. Warte. So. So. Ah ja, und dann hör auf. Hier ist alles so anders, da halt ein bisschen, aber sonst... Krass. Junge, warum hüpfst du runter, Alter, du behindertes Kind, Junge. Ich versteh den Jungen halt, warum der da hin runterhüft. Da darfst du mich nie wieder, Alter. So. So. Also, das ist jetzt richtig. So. 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 auch nicht zu treffen weil ich hier richtig böse oh ja perfekt das kommen wir noch richtig dafür kommt fertig So Okay, das hat man schon noch getroffen, egal Oh, jetzt muss ich aufpassen, jetzt muss ich sehr gut aufpassen, dass ich mich nicht nochmal runterfällt, sonst habe ich ein Problem Okay, das war knapp Dann kriege ich den so in der letzten Runde, wenigstens Da bräuchte ich mir schon mal so keine Gedanken machen, dass ich den nicht kriege, so kriege ich den jetzt mindestens in der letzten Runde Aber ich würde es dann auch noch tun, das ist kein Problem So Du bleibst da Und erwischt So, damit habe ich den mit dem letzten Runde gekriegt So, perfekt Und so schaffen wir die alle anderen auch Und let's go Wir werden es schon durchkriegen, wenn es die anderen hinkriegen, kriege ich es auch Und wenn es dann anders ist, ich hier gucken, dass ich teils hole Und das restliche werde ich dann alles offscreen holen Da braucht ihr euch dann keine Gedanken machen, weil das restliche werde ich dann offscreen holen, wenn es nicht anders geht So kann ich jetzt zöpfen, das geht Das ist nicht schlimm Ich glaube, ich will alles voll So So Kann ich dann so machen, wenn was ist Energiecontainer Hoch Alter Ich versuche mich nicht Du trägst vier So Alter Alter Ich verstehe jetzt nicht, was das in dieser Playstation 4 Version hier ist Sorry Leute, aber irgendwie verstehe ich das in dieser Playstation 4 Version gerade nicht Na, wo kommt man her So 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 No, also So. 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 Alter, was ist das? So. 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 Und rein. Und los geht's. So. 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 und mein Freund Arme am Mutivo Aha, okay er hat ihn Das war's Ach dann ist er ledig, zack M-m-m-m-m-m So Hier hat er noch mal Oh Mann Puls Mikro Weg damit Und Die Schuhe So Rallying Shield So 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 In Hm. Hm. Was ist das eigentlich nicht wahr? So, in die Somme sage ich schon den. Na, jetzt kannst du mir sogar einen Trailer geben oder was? Was ist das, ey? Liegt's da? Oh! 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 Wow. Okay. Ja, das war's. Wow. Weg. warum ich das rein ratte aber ich riskiere das lieber so bevor es mich da und reinhaut und dann soll ich jetzt dann habe ich mein leben wieder voll das ist das was ich gerade meinte ok auf geht's es 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 Ah, das war. Das war's. 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 Das war's.